Die UNESCO ist eine Scheiße! Du, die UNESCO ist eine Scheiße! Warte mal kurz! Die UNESCO ist eine Scheiße! Ja, aber die UNESCO ist eine Scheiße! Nein, nein! Die UNESCO ist eine Scheiße! Die UNESCO? Hey! Hey! Servus! Hallo! Was ist denn für eine Scheiße, was die UNESCO-App beschlossen hat? Na mach mal! Hast du eine gute Kamera? Ich hab einen Krieg der Kameras ausgerufen! Wir können ja ein bisschen kämpfen! Ich kämpf nicht! Ich kämpf nicht! Hast du eine Rose? Warum ist das so scheiße mit der UNESCO? Hast du zu laut? Ich bin jetzt einfach hoch, weil du die ganze Zeit zu laut warst! Ich... Ich... Ich mache jetzt Bilder! Wir machen den... Leck mich am Arsch! Entschuldigung! Ich hab auch so ein Ding! Aber eine bessere! Eine bessere! Willst du einen Aufkleber haben? Kannst du irgendwo aufkleben? Kannst du irgendwo aufkleben? Erstmal liegen erstmal! Ja... Warum ist das so eine Scheiße mit der UNESCO? Na... Die haben doch schon angefangen zu bauen! Ja... Aber solltest du alles noch rückgängig machen? Innerhalb von zwei Monaten? Noch rückgängig! Das ist so eine Scheiße! Millionen! Unsere Steuergelder sind das! Na klar! Deine! Entschuldigung, wenn ich du sage! Ich lebe vom Staat! Ich kann mich da gar nicht aufregen! Ich bezahle keinen Steuer! Ich auch! Ich krieg Rente! Ich auch! Ich auch! Hochbestand! Na? Ich krieg verrückten Rente! Das ist was anderes! Nee, die krieg ich nicht! Noch nicht! Nimmst du mich jetzt auf? Oder nimmst du mich überm Mikro auf? Ich wollte eigentlich hören, was du sagst! Ich will sagen... Mich kotzt das an! Seit fünf oder sechs oder sieben Jahren geht das Scheiß! Mit diesem Scheißbauschen mit der Waldlösenbrücke! Alles Gute! Ja, viel Erfolg! So! Das ist meine Meinung! Ja! Mich kotzt das an! Meine Steuergelder und deine auch! Wir zahlen, 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 zahlen! Die Projektierung hat... Aber das liegt ja nicht nur an der Brücke! Nur an was denn da? Hast du schon mal vom Schwarzbuch der Steuergeldsünder gehört? Was die jährlich so rausschmeißen an sinnlosen Sachen? Da geht es ja nicht nur um die Brücke! Ja! Ja! Aber! Ich bin Dresdner seit 46! Bin 46 geboren in Dresden! Ich hab seit 2001! Ja! 46 in Dresden geboren! Ich hab die ganze Scheiße alles miterlebt! Mit unserem Oberbürgermeister! Was ist denn hier? Herr! Herr! Rosberg! Den sie hier eingesperrt haben! Oder nie eingesperrt haben! Aber auf Bewährungsstrafe frei gekommen ist! Bewährung! Hat der irgendwas gemacht was den mächtig nicht gefallen hat? Nur freilich! Freilich! Oder gemauschelt! Steuerhinterziehung und alles. Unser Oberbürgermeister. Scheiße. Scheiße Zyphonie, genau. Das kann doch aber nicht wahr sein. Seit fünf Jahren oder sechs Jahren oder was geht das mit der Waldschlöschchenbrücke. Der Stadtverkehr muss aus Dresden rausgezogen werden und das ist die ähnste Verwendung von der Vetscherstraße. Dort drüben wohne ich in der Ecke. Aber das sieht ja noch mehr an, weil die Autobahnleute hier langfahren, die fährt durch Dresden, die für eine ganze Autobahn durch Dresden durchstanden. Ne. Doch. Das ist für eine Autobahnbrücke hier. Hast du dir schon mal die Dimension angeguckt? Die wird doppelstöckig. Das ist für eine doppelstöckige Brücke, ja? Habe ich gehört. Weiß ich doch. Das Problem ist, wenn das in der Esco-Welt-Couture-Arbe aberkannt wird. Es gibt schon 50 Bauanträge. Hören wir ganz kurz zu. Ich hörte dann auch wieder zu. 50 weitere Bauanträge. Die bauen die ganzen Elbwiesen dann mit Hotels zu. Deswegen wollen die das in der Esco-Welt-Couture-Arbe loswerden. Der Typ von der ADAC hat selber gesagt, wir sollen freiwillig das in der Esco-Welt-Couture-Arbe zurücknehmen. Weißt du, was sie dann machen? Die platzieren hier alles zu. Ja. Sollen sie doch machen, ey. Weißt du nicht, wie schön das hier ist? Ja, klar ist es schön hier. Na Gott sei Dank. Wie gesagt, ich wohne hier drüben. Na? Oder drüben, weil der Vogel flattert. Was soll denn das? Aber der Straßenverkehr, der läuft alles hier drüben rum. Aber in einem Jahr werden wir schon wieder viel weniger Autofahrer in zwei Jahren erst recht, bis die Benzinpreise gerade steigen. Und die Betonpreise sind um 120 Prozent gestiegen seit dem letzten Jahr. Und die Stahlpreise sind um 250 Prozent. Glaubst du wirklich, dass sie dieses Monsterteil fertig bauen können? Das Ding wird mindestens da heftig stehen bleiben. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es. Aber die UNESCO hat gestern in Brüssel beschlossen, auf ein Jahr, auf ein Jahr kriegt Dresden den Titel noch zuerkannt. Also, Umwelterbe oder wie das Ding heisst. So. Und was passiert nach einem Jahr? Dann warten wir wieder ein Jahr. Ich hoffe, dass es dann mal langsam losgeht, dass die Bürger hier mal mitzelten. Na ja. Wir müssen doch mal was machen. Na ja, dann sagen wir mal was machen. Ich kann nicht immer noch auf dem Start rummeckern und dann auch mal selber mal was machen hier. Entschuldigung, mein Kollege Paul oder Egon. Ich bin der Gerd. Hallo Gerd. Hallo Gerd. Hallo. 89. 89. Du warst in Leipzig und ich habe das alles mitgekriegt. Sind wir mit den Ischgl auf der Straße gelaufen hier? Hallo. Mit den Schädel kommt die Polizei dann. Hallo. Ja. Heutzutage müssen wir auf den Barrikaden steigen. Auch friedlich. Friedlich. Mit Kerzen auf den Elbwiesen. Ja. Ich habe mir vorgestellt, man könnte ja überall hier an die Elbwiesen so kleine Gläser nehmen. Und da Teelichter rein tun. Ja. Die Teelichter. Genau. Aber kein Schwein macht was mit. Achtung. Ja, das Problem habe ich auch. Deswegen versuche ich halt die Leute aufzurütteln, dass sie mitmachen. Ja. Du kannst mir helfen. Ich helfe dir gerne. Kommst du mit runter frühstücken? Ja. 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 Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja. Alles gut. Ja. Siehste, mal einen Hupstreik machen, die ganzen Autos müssen mal hupen hier. Wie geil, wie geil. Wie geil, wie geil. Wie geil, wie geil. Wie war das Frontrotheil? Sieh geil, aber früher mal gesagt. Halt euch selbst.